Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, ich habe nicht gesagt Vize-Biest. Das ist, weil ich gehe, ich werde verrückt mit Vize-Biest. Es ist einfach nur viel zu schwer manchmal, finde ich, also meiner Meinung. Und wie ihr sie hier schon seht, ich bin in einer neuen Welt. Ganz neu gespawnt und so. Ja, ihr wisst, scheiße ist das. Und ich habe ja auch gleich ein neues Texture-Pack. Ich probiere jetzt noch ein bisschen rum mit Shade und Texture-Pack, bla 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 bla. Und hier seht ihr schon den ersten Pack. Super. Und ja, ich fange wieder mal eine neue Serie an. Ich werde jetzt einfach mal die zu der dritten, ne, zu der zweiten, glaube ich, dazu rechnen. Zweite, dritte? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dritte ist es. Äh, und ja. Oh, lasst mich raus. So. Und ja, hier seht ihr schon, ich bin mit Shader. Und zwar bin ich nämlich noch in der 1.6.4. Äh, 1.6.4 ist richtig. Äh, und, äh, ich werde es jetzt noch so lange machen, bis der Shader für 1.7.4 draußen ist. Und ja, ich finde es echt scheiße, wenn die so lange brauchen, um Shader abzudaten. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich so lange dauert, ob das so kompliziert ist oder ob die einfach keinen Bock drauf haben. Aber, äh, ohne Shader kann ich nicht mehr spielen. Geht leider nicht. Sorry, Leute. Deswegen müssen wir noch in 1.6.4 spielen. So, und ja, ich habe hier schon ein paar Sachen gesammelt. Und ich werde mich jetzt echt verdrücken für so ein scheiß Schneegebiet. Da vorne ist ein geiles Gebiet. Und hier sind auch jede Menge Kühe und Schweine. Die werde ich gleich mal eben, äh, platt machen. So, ich sollte nicht alles kaputt machen hier, sag ich schon. So. Und ich werde mich dann auch gleich einmal... Ich brauche mein Holz wieder. Äh, gleich mal eben in die Erde reingraben. So. Damit ich ein wenig, äh... Na, so. Ähm, wo ist denn am besten? Hier vorne war eine Höhle, ne? Joa, da ist eine Höhle. Eben den Lichtpark wegmachen. So. Ich hoffe mal nicht, dass mir da jetzt was entgegenkommt. Äh, das Texture Pack. Manche Sachen sehen ganz gut aus, aber so wie jetzt der Clean Zone, kannst du vergessen. Äh, und da sehe ich, äh, äh, ich glaube, das ist Kohle. Das ist ein Skelett. Nein, 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 nein. Okay, weg. Der kommt wieder. Er kommt, der kommt. Nein! Lass mich in Ruhe. Oh, äh, ich muss mal eben schnell ein Schwert machen. Und da bleibt sogar noch eins für die Spitzhacke über. Und dann gehe ich da... Oh, gleich nochmal rein. So, äh, die Kuh muss ich auch gleich schlachten. Äh, was wollt ihr jetzt? Eine Spitzhacke, genau. Dann schlage ich dieses beschessene Viech von, äh, in die Flucht. So, äh, erstmal eine Kuh. So, ja, manche sind auch Standard-Texturen, weil ich jetzt keins da drunter gelegt habe. Das wird immer alles zu, zu konfus. So, okay, lass mich jetzt mal in Ruhe hier mein... Ich könnte das Eisen schon mitnehmen. Es wird dunkel, es wird verdammt dunkel werden da drinnen. Äh, ich könnte das Skelett vielleicht sogar kaputt hauen. Ich hole mir erstmal ein paar Steine eben. Dann kann ich gleich mal selber gucken. So. Okay, dann gucken wir mal nach, was das Skelett so macht. Boah, ist das Duster. Ich muss selber eben mal gucken. Äh, also scheint das Skelett ist weg. Hier hole ich mir mal eben... Äh, das Eisen... Oh Gott, ich sehe nichts. Ihr seht genauso viel, ne? Genau. Ja, so muss das. Ich sage mal mal kurz ein paar Steine. Ein bisschen Kohle wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt Kohle finde. Und der Cobblestone in diesem Texturenpack ist der Hit. Ja, äh... Oh, ich könnte mal gucken. Ich habe hier bestimmt Optifine drin, oder? Äh, nö. Okay. Äh, ich dachte nämlich, ich könnte hier die... Die, die, die... Gras-Texturen-Ding machen. Okay, dann werde ich mir mal eben noch eine Axt machen. So viel Holz haben wir noch. Und vielleicht noch einen Ofen. Äh, so. Und, 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 und. Ach ja, noch ein paar Sticks. So, eine Schaufel noch. Und dann sind wir schon eigentlich gewappnet für alles. So, dann kann ich mir auch mal eben einen Ofen machen. So. Zack. Ich will nämlich ein bisschen produktiver sein. So, dann brate ich mir mal eben das Fleisch. In der Zeit, wo das Fleisch brät, kann ich auch, äh... Hier noch ein paar Kühe schlachten. Da hinten sind viele. So, dann verhungern wir schon mal erst mal nicht. So. Zack. Hier auch noch. Irgendwie leckt's, oder? Oh, scheiße. Oh, da ist Eisen. Da muss ich hin. Ähm. Ja. Ich muss mir das Eisen holen. Ich muss ein, weil es geht nicht anders. So. Zack, zack, zack. Geil. Und Cola auch. Ja, ist ja der Hit. So, und ja. Wie geht's euch so? Mir geht's gut. Was soll man da noch zu sagen? Es tut mir echt leid, dass ich wieder neu anfange in der Serie. Aber, ja. Es nervt einfach. Es ist einfach viel zu viel in Vize-Bist. Eigentlich bin ich immer froh, wenn ich so... Ah, ein paar mehr Ressourcen. Und ein paar Steintexturen sind mehr. drinne, aber im Endeffekt so mit, 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 äh... Oh. So mit, ähm... Ich hör das Skelett, aber ich seh's nicht. Äh, im Endeffekt mit diesen ganzen Atomkraftwerken und Energieerzeugungen und Scheiß. Das will ich eigentlich gar nicht machen. So, und ich schlachte mal eben die anderen Schweine hier und Kühe. Stehen. Okay, und ich muss gleich mal kurz eben gucken. Hier ist nämlich auch nichts eingestellt. Musik aus... Ich seh das schon. Hier war ein Profi am Werk. Ähm... Oh. Okay. Wir können auf Normal spielen. Das reicht vollkommen. Das geht schon besser. Oh, da haben wir auch gleich, äh... Ein Schaf. Ich muss mal die Kuh hier platt machen. Ah, 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 ah. Du musst gar nicht weglaufen. So. Dann haben wir ein Schaf. Da hätten sie noch mehr. Das heißt, wir haben schon das erste Bett. So. Und hier vorne noch. Und hier ist auch schon eine coole Gegend, finde ich. Wie viel haben wir jetzt? Zwei. Also wo ist noch ein Schaf? Ach, da liegt ja noch Wolle. Okay. Ich habe die Wolle vergessen einzusammeln. So. Ich höre ein Skelett. Das ist noch eine Kuh. Hier. Ja. So. Stirb. Was? Was? Da. Dieses hier Fleisch. So. Äh... Da hinten ist noch eine Kuh. Lauf doch. Rein doch. Hui. So. Kriegen wir auch hin. Ja. Ich weiß. So. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal soweit alles. Da hinten ist noch eine Kuh. So. Die schaue ich um, ey. So. Dann können wir das gleich mal braten. Und dann ist die Folge auch schon fast wieder zu Ende. Ich mache die Folgen jetzt nicht mehr so lange, weil es einfach nervt. So. Fackeln können wir uns auch gleich machen. So. Boah. Wir sind gut gerüstet, finde ich. Das kommt da hin. So. Essen haben wir auch. Äh... Ist das anderes? Achso. Das ist Schweinefleisch. Okay. Ähm... So, so, so und so. So. Und hier mal was zu futtern. Gleich mal reinhauen. Das sagt er. Es ist Nachmittag. Ähm... Da hinten ist so irgendeine Küste oder so. Äh... Das würde ich sagen. Wir machen uns dann mal auf den Weg, wenn das hier fertig gebraten ist. Ich habe doch gerade noch eine Kuh hier gesehen. Da hinten ist... Äh... Okay. Dann nicht. Vielleicht sollte ich mir noch ein bisschen Holz holen. Und dann geht's auf... Äh... Naja. Ich könnte mir schon eine Behausung eben bauen hier. Ein kleines Häuschen oder so. So. Und ich muss unbedingt Setzlinge von diesen Bäumen mitnehmen. Das heißt also, ich müsste eigentlich noch ein paar Bäume hauen. Äh... Ich dachte, ich hätte es gesehen. War wohl nicht so. Und... Tja. Was gibt's noch zu erzählen? Nichts. Gar nichts. So. Äh... Der Brauch... Ich könnte es ein... Nee. Ich befeuere das mal mit Holz hier. Äh... Kann ich mir jetzt nicht leisten. Hier haben wir Setzlinge. Gut. Das hätten wir auch. Und dann könnte ich einfach mal ein bisschen Dreck hier weg machen. Kann ich hier das, äh... Neue Haus aufbauen. Äh... Nein. Nicht neues Haus. Aber improvisiertes. Ich glaube, das ist so ein Bötsch... Äh... So ein Dingswald. Äh... Ja. Ich weiß. Geh weg. So ein, ähm... Birkenwald. So. Hey, bitte. So. Dann werde ich mich mal im Tier ein bisschen einbauen. So. Da brauche ich nicht viel hin. Und... Einmal hier bitte. So. Zack, 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 zack. So werden immer meine ersten Häuser so sechseckig und so. Ja. Ja. Läuft. Das läuft gut. So. Dann bauen wir uns mal den Ofen gleich ab. Den Rest können wir später auch noch braten. Oder in der... Unsere Höhle. Äh... Meine Fackel wären nicht schlecht, ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und die Welt geht schon wieder... Äh, ich meine, die Sonne geht unter. Nicht die Welt. Und dann sehen wir uns nächstes Mal. Ciao. Blau. Äh, okay. Komm, wir wollen uns jetzt hier rein. So. Und es ist schön dunkel. Man sieht sehr viel. So. Das ist schon besser. Und dann können wir uns auch... Das war fail. Ich wollte es eigentlich woanders hinstellen. So. Eben noch ein Bedcraften. Dann ist die Folge zu Ende. Äh, wartet. Wartet, wartet. So. 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 Zack. Und einmal dieses. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge. Ciao.